Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie ich bin. Alles Gute zum Geburtstag. Weißt du, wer ich bin? Charlie Maté. Richtig, und ich werde dich umbringen. Von Angesicht zu Angesicht. Eine Frage des Respekts. Du sollst wissen, wer dich tötet. Und du sollst auch wissen, warum du stirbst. Ich werde euch nämlich alle erschießen. Alle. Eine nach dem anderen. Aber nicht sofort. Ich will, dass ihr Zeit habt, darüber nachzudenken, was ihr getan habt. Ich will, dass ihr Tag und Nacht dran denkt. Wenn man erstmal dabei ist, ist es gelaufen. Man ist verdammt darin zu bleiben und darin zu sterben. Vergossenes Blut trocknet nie. Ist Maté tot? Leider nein, es ist unfassbar. Er ist aus dem Koma erwacht. Gott hat meine Gebete erhört. Dein Vater hat mit allem aufgehört. Er ist ein Lügenhaft. Erklären Sie sich, dass Ihre Fingerabdrücke drauf sind? Ich weiß, Sie haben nicht viel übrig für Menschen meines Kalibers. Aber wir beide haben denselben Schwachpunkt. Die Familie. Ihr habt das nicht verdient. Ich bleibe bei dir. Für mich sind Familie und Freunde Heide. Ich bin, was ich bin. Aber mein Sohn hat keinem was getan. Sobald mein Sohn in Sicherheit ist, ergebe ich mich. Ich habe Angst. Musst du nicht, Friedrich. Musst du nicht. Doch, musst du. Exgerungen Stolper